So, willkommen, willkommen. Zurück, zurück hier bei Uiuiui. Bei Borderlands und bei Frau Lück, die im Moment so ein bisschen Panik kriegt, weil es sich irgendwie so, weil es irgendwie so aussieht, als dass es, wo hier gleich Probleme gibt. Nehmen wir alles mit, was geht. Okay, so. Wo sind wir denn jetzt? In der Vorhalle zur Hölle. Oh. Jetzt rupft es ein bisschen. Das macht nichts. Das ist schon wieder vorbei. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwas hier, irgendwas bekommen. Das sieht nicht so aus. Von hier oben sind wir ja eigentlich gekommen, oder? Bin ich hier falsch informiert? Jetzt muss ich nochmal gucken. Oh, hier, guck mal. Oh. Hier sieht es ja eklig aus. Aber es gibt wohl noch Schätze, die uns nichts nützen. Gut. Hier sind wir langgekommen. Dann gehen wir wieder so zurück. Bei den Spritzern lang. Hier können wir rechts gehen. Und dann kommen wir hier unten raus. Aha. Gut. Das haben wir schon durchforstet. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber wie geht es hier weiter? Hier lang, ne? Aha. Das sieht spannend aus. Äh, Mist. Da muss man auch noch hochklettern. Oh Gott. Ein mutierter. Au. Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Ach, du Schande. Du Schande. Du Schande. Oh, Mann, Mann, Mann. Shit, shit, shit. Ähm, Facewalk. Oh Gott. Oh, weg, weg, weg. Oh Gott. Was macht der denn? Scheiße, scheiße, scheiße. Das überlebe ich nicht. Oh. Der Typ. Oh, ich muss weg. Ich muss weg. Geh weg. Geh weg. Halt. Ah, wo ist das? Was ist denn das für ein Kunde? Och, Scheiße. Okay. Wir haben wieder. Wir haben wieder Leben. Okay, hab ich, hab ich erhalten. So. Wo ist denn der Typ? Achtung, einer. Und? Weg, weg, weg. Oh, oh, oh. Facewalk. Ah, ist alles nur Geld. Äh, der schießt mit Granaten. Dieser Assi. Weg, weg, weg. Was macht denn am meisten Schaden? Oh, weg, weg, weg. Weg, weg. Nee, das gar nicht. Das bringt nix. Au, au, au. Andere Waffe. Nachladen. Was ist denn das für eine Scheiße? Achtung, Granate. Und weg, 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 weg. Wo ist er? Wo ist er? Ach, hinter uns. Ah. So könnte es funktionieren. Was bist du denn für ein Scheißvieh? Ah, weg, weg, weg. Au, au, au. Lade nach, lade nach. Oh, Granaten. Facewalk. Komm, wo ist er? Wo ist er? Oh, weg, weg, weg. Scheiße, scheiße, scheiße. Der braucht nicht mehr viel. Ich aber auch nicht. Wo ist er? Komm, komm, komm. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Scheiße. Oh. Geschafft. Oh. Oh Gott. Jetzt können wir uns erst mal das Geld holen. Was ist denn das? Schaden. Aber die Longbow werden wir trotzdem austauschen. Oh Gott. Was war das denn? Das wegwerfen. So. Und die Longbow, die nehmen wir wieder. So. Meine Fresse. Ey, der Typ. Was war das denn für einer? Hat er denn nur einen am Sender, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Den muss ich mir nochmal angucken. Hier, du hässliches Arschloch. Ja, komm. Jetzt haben wir eine 35er. Ich brauche schon mal ein paar Granaten. Oh, Mann, 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 Mann. So. Jetzt gucken wir mal auf unsere Punkte. Was haben wir denn da? Hier, Schild. Erneuert im Facebook 1% Gesundheit pro Sekunde. Was ist das hier? Erhöht die Widerstandskraft. Und dann während des Facebooks fügt das aber erst mal muss man den Schild um 10% erhöhen. Definitiv. So, wo ist der Minenschlüssel? Ah, jetzt sind wir wieder voll. Hier. Check. Uh. Lecker. Was liegt denn da drauf? Sledge. Aufgabe erfüllen. Du solltest die Mine jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge und wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Aha. Ich glaube an dich. Wo muss ich den Schlüssel denn jetzt hinbringen? Schauen wir mal. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Okay. Wo war das jetzt? Ach so, da lang. Dann wollen wir mal. Kommt hier noch jemand? Ansonsten nehme ich euch auseinander. Nee, ich glaube nicht, dass hier noch jemand kommt. Wie heißt denn diese Mission jetzt eigentlich? Beschaffe den Schlüssel zum Minenton und bring ihn zur Headstone-Mine. Der gefunden ist. Die gefundene Notiz und bla bla. Okay. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen... Na, können wir schon mal nachladen. Vielleicht können wir jetzt irgendwas nehmen. Halt! Ich muss ja doch für diese eine Waffe... Musste ich doch... Hier. Zack. Musste ich da nicht Level 15 sein? Musste ich denn da nicht Level 15 sein? Nee, hier komme ich gerade her, ne? Oder? Warte mal. Ich will mal die eine Waffe ausprobieren. Welche war denn das? Diese Explosionswaffe. Welche ist denn das? Hä? Hä? Ähm... Ähm... Ah, hier. Ah, hier. Ah, die Feuerwehr ist okay. Ja, komm. Läuft. Check me out. Nichts, nichts. Ich denke, wir haben hier Explosionsschaden. Was ist denn hier? Ja. 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 Was solltet ihr denn unbedingt mit mir euch es verscherzen? Vögel. So, jetzt wollte ich nochmal dorthin. Ach, die bringt auch nichts. Oh, hier. Was hast du denn? Meine Kammer frei gemacht. Oh, guck mal. Oh, was ist denn das? Hä, Müll. Ich hab hier noch was für dich. Hey, du hast mir echt die Kammer aufgemacht, du kleiner Stinker. Bringt mir auch nichts, glaube ich. Oh Gott. Wo ist denn der Typ? Ne, warte mal. Ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren, was das hier alles Schönes gibt. Oh, hier. Oh, ich glaub ich hab den Witz. Ne, halt. Was kann der? Was kann der? Oh. Der hat ja einen Schaden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da kann ich doch diese hier warte mal und diese dann austauschen gegen Na komm, nimm das doch. Gegen das hier. Ah, scheiße. Warum nimmt er das nicht? Warte. Dann muss ich die hier wegwerfen. Und jetzt nehme ich mir Nein, ich will die andere wegwerfen. die wegwerfen. So. Und die kann ich aufheben und die andere nicht. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Dann werfe ich den weg. So, und jetzt kann ich es aufheben. Yes. Oh, komm mal, wir gehen runter. Komm mal, alle, schau mich aus. Ich tanze, ich tanze. Wo ist denn jetzt hier? Jetzt muss ich nur mal gucken. Ach, hier fehlt eine. Guck mal. Warte mal. Die kommt hierher. Die kommt dahin. Und der kommt dahin. Nee, warte mal. Ach so. Muss ich 16 haben. Alles klar. Dann kommt der weg und die kommt wieder hier rein. Ja, jetzt müssen wir es haben. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, vielen Dank, kleiner Crab Trap. Aber ich muss hier hoch. Ich muss hier woanders lang. Warte mal, ich bin hier verkehrt. Hier muss ich lang. Holt euch die Hurenzäne. Hier, kommt her. Und du. Oh, komm her. So. Wer ist denn noch da? Oh, 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 nicht aufgepasst, nicht aufgepasst, nicht aufgepasst. Ja. 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 Oh la la. So, ihr Lieben, kommt her. Ach, der ist ja 15. Der ist Level 15. Der ist Level 15. Geh doch mal weg. Ich muss weg hier. Weg, 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 weg. Ich bin hier verkehrt. Ach, du Scheiße. Puh. Scheiße, wo muss ich den lang? Fuck, jetzt habe ich mich verlaufen. Nee, nee, ich muss schon. Ich muss hier lang. Ich muss da lang. Shit. Wir können ja mal. Ach, nee. Ich habe hier noch was für dich. Du bist Level 15. Scheiße. Warte mal, vielleicht habe ich ja auch was für dich. Nimm ich das. Ah, den seien. Ah. Komm, komm, komm. Weiter. Drauf halten. Drauf halten. Oh, Mist. Was ist denn das schon wieder für einen Scheißen-Track? Ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme, ey. Das gibt es doch nicht. Komm, komm, komm. Immer auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Komm, du schaffst es. Ja. So. Hier machen wir mal kurz Schluss und machen dann beim nächsten Mal gleich weiter. Bis zum Ende. Dann, ciao, tschüss.